Hier sind wir bei Let's Play Mass Effect 3 Und die liebe Trainer hat gerade gesagt, dass Dr. Chuck was von uns sprechen möchte Also wollen wir die gute Frau Doktor natürlich nicht warten lassen Spannend, was sie möchte Und Gary steht immer noch Okay Okay, Doc, was gibt es? Kann ich mit Ihnen reden, Commander? Dafür bin ich auch da Commander, es hat sich eine Gelegenheit ergeben, die Sie interessieren könnte Worum geht es, Doktor? Vor kurzem sind Flüchtlinge in der Citadel angekommen, die medizinische Vorräte und Geräte aus Militärbeständen dabei hatten Laut unserem Inventar haben wir überschüssige Vorräte zur Behandlung von Seuchen, Strahlenschäden und Unterernährung Die können also verletzten Soldaten helfen und wir bei typischen Flüchtlingsproblemen Genau Vielleicht könnten Sie ihren Charme spielen lassen und einen Tausch aushandeln Warum ich eigentlich immer? Könnten Sie das nicht auch selbst erledigen? Die Flüchtlinge trauen wegen der vielen Kriegsgewinnler dem Allianz-Militär nicht mehr Also auch mir nicht Aber Sie sind Commander Shepard, die Heldin Sie könnten sie überzeugen Ja, ich kann natürlich alles Na okay, von mir aus Ich kümmere mich darum, sobald ich kann Reden Sie mit Taktis Viele Flüchtlinge bei den Citadel-Docs betrachten ihn als Anführer Danke, Commander Durch den Zugriff auf ihre Ausrüstung und Ressourcen konnte ich die Effektivität unseres Medigils verbessern Das ist super So, wir sind auch gerade noch bei der Citadel-Docs, dann können wir das ja eben noch machen Ähm Ähm Boah Simmm Gnumpf Oh Gott Hmmm Flüchtlingslager, also da unky Und, wie Ich bin Sie ます Gut 米 wieder stundenlang umherlaufe dann wollen wir das eben noch ganz schnell erledigen ach ich vergesse immer dass das hier... ich bin grad das war es an 1. Normalerweise bei 1 konnte man da wo jetzt die Tür ist ging es noch links nach draußen und ich vergesse dass das hier jetzt ja nicht mehr so ist Commander, Admiral Anderson ist in der Einsatzzentrale über Videoleitung verfügbar Mann, kannst du deinen Hals verdrehen? gleich oder jetzt, falls du auch noch was davon erzählt hättest dann mach ich das lieber gleich alles ok sammeln wir immer noch weiter ein wenn ich hier so ein neues Spiel habe bin ich eigentlich immer darauf abgeregt die Story durchzuspielen aber ich weiß dass ich auch ein bisschen die Nebenmissionen machen muss damit ich aufs Ende vorbereitet bin aber... das freut mich wirklich zu hören dass wir ihnen Hoffnung geben können ich weiß wie es ist im Dunkeln zu kämpfen ich bin froh dass wir etwas bewegen es ist mehr als das viele dieser Leute hatten vorher nie eine Waffe in der Hand als sie hörten dass sie Turianer und Krugana zur Zusammenarbeit gebracht haben das war ein Stärkungsmittel Shepard und davon haben wir hier leider viel zu wenig dem Glauben daran den morgigen Tag zu erleben wie schlimm ist es? es könnte schlimmer sein, aber nicht viel können sie noch Gegenangriffe koordinieren? wir greifen die Reaper an so oft es geht meistens Blitzüberfälle nach Geria Art aber das reicht nicht wir müssen unsere Bemühungen konzentrieren wo? dort geschieht irgendetwas Großes unser britisches Netzwerk sagt es seien enorm viele Reaper angekommen wer denkt da jetzt an den Mass Effect Trailer? ui das klingt wirklich übel das klingt gar nicht gut gibt es Einzelheiten? nein und das macht mir richtig Angst nun der Tegel wird dafür den Reapern Angst machen wir zählen drauf und Shepard das mit Kai Lang war ernst gemeint die Reaper mögen die größte Bedrohung sein aber Lang ist ein hinterlistiger Dreckskerl unterschätzen sie ihn nicht verstanden dann mal zurück an die Arbeit wir können jede gute Nachricht von ihnen gebrauchen End ist ein Ende dann werde ich euch mal viele gute Nachrichten liefern ok nur mal mit uns zu plauschen und dann wieder zurück ab durch die Schleise die ich ja so gern mag ja man merkt dass sie nichts zu erzählen haben so will mich noch jemand sprechen sie haben ungelesene Nachrichten auf ihrem privaten Terminal kommande noch was oh ok ähm na aber Kai Lang mhm äh 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 ähm James Weger das ist doch der hier der Muskelbrot äh 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 das hat Aber das hatten wir schon. Jack haben wir schon getroffen. Ähm, okay. Dann gehen wir erstmal Interview machen. Ich dachte, ich komme mir noch zum Ballern, aber das wird glaube ich vielleicht nichts mehr. Trainer, schicken Sie Diana rauf. Sie wollte ein Interview. Sofort, Commander. Bereit zu einem Gespräch, Commander? Ich bin bereit. Commander, es ist kein Geheimnis, dass der Radsektor in letzter Zeit große Verluste durch die Reaper erlitten hat. Und nun hat Cerberus unseren Regierungssitz direkt angegriffen. Wenn eine kleine Terrororganisation die Citadel angreifen kann, gibt es da noch einen sicheren Ort? Klar, Sie haben es versucht, aber haben Sie es geschafft? Nein. Cerberus hat begrenzte Ressourcen. Dieser Putschversuch war alles, was Sie konnten. Und er hat Sie viel Geld um Truppen gekostet. Angst ist verständlich. Aber sie darf eine nicht lähmen. Ihre Misserfolge sind ebenso zahlreich wie Ihre Erfolge. Aber die Menschheit hat Ihren Ratsherrn verloren. Das Allianzparlament ist zerstört und der Premierminister ist tot. Es wird bald keine Nachfolger mehr geben. Wie lange kann Ihrer Meinung nach eine neue Allianzregierung halten? Nie mehr zu glauben, Föhrchen. Das wird schon noch klappen. Es wird Anführer geben. Keine Sorge. Unser Feind ruht nicht, solange noch ein Mensch am Leben ist. Bis dahin sind wir nicht besiegt. Jetzt hat jeder die Pflicht, sich zu erheben. Also gut. Und nun eine Frage von Tessia. Commander, während Ihres Tribunals hieß es, Sie hätten Verbindungen zu Cerberus. Danke für Ihre Zeit, Commander. Ich bin Diana Ellers für Battlespace. Gute Nacht und bleiben Sie stark. Vorsicht, Commander. Wenn das so weitergeht, folge ich Ihnen bis nach Hause. Äh, lass uns professionell bleiben. Bitte, ich will dich nicht zu Hause haben, Paparazzi. Ich hielte es für besser, wenn wir vor der Kamera bleiben würden. Oh, dachten Sie etwa? Ach ja. Ich und mein großes Mundwerk. Ich gehe besser, bevor ich noch ein falsches Signal sende. Man sieht sich, Commander. Ich wollte gerade sagen, komm näher und ich boxe die eine. Was war das jetzt eigentlich gerade? James, ich hätte etwas Zeit, wenn Sie ein privates Gespräch wünschen. Bin unterwegs. Hey, wie geht's? Gut, James. Und ihn? Gut, gut. Was guckt er so? Wow. Darauf kann ich mich also freuen, wenn ich mal selbst ein Kommando habe. Sie wollen ein eigenes Schiff, Vega? Irgendwann mal vielleicht, wenn ich alt bin und nicht mehr kämpfen kann. Wollen Sie sich etwa über Ihren Commander lustig machen? Tut mir leid, Lola. Mir geht nur einiges im Kopf rum. Und dazu hätte ich gern Ihre Meinung gehört. Nur zu. Was haben Sie getan, als Sie zu N7 kommen sollten? Ich mein, war die Sache klar oder mussten Sie vorher darüber nachdenken? Ja super, das ist schwer zu sagen, weil das war ja noch vor den Spielen gewesen. Klar, sowas ist niemals klar. Man muss immer über sowas nachdenken. Das N7-Programm ist eine große Sache, aber auch eine große Verpflichtung. So sagt man. Sie kriegen die beste Ausbildung, die beste Ausrüstung, die besten Aufträge. Und wollen dafür die beste Leistung. Natürlich. Warum fragen Sie? Naja, trotz der Scheiße, die gerade abläuft, hat jemand mich ausfindig gemacht und eine Empfehlung für N7 eingereicht. Datiert am Tag des Reaper-Angriffs auf die Erde. Sie klingen nicht sehr begeistert. Naja, abgesehen davon, dass es bei einer Niederlage kein N7-Programm mehr gibt. Das Einzige, was ich je gut konnte, war Soldat zu sein. Und ich hab mich nicht angestrengt. Ich hätte mich vor Jahren selbst rausgeworfen. Bei meinem letzten Kommando sind fast alle draufgegangen. Und ich wurde befördert. Ich bin nicht sicher, ob ich wieder ein Kommando übernehmen will. Mit der ganzen Verantwortung. Was ist denn genau passiert? Sie erwähnten das bereits. Was ging schief? Was ging nicht schief? Wir waren auf Patrouille und haben seltsame Werte überprüft, als die Kollektoren kamen. Zuerst griffen sie die Kolonie an. Als wir ankamen, waren die meisten Kolonisten unterworfen oder verschleppt. Darunter auch unser vorgesetzter Captain Tony. Somit hatten Sie das Kommando. Ja. Wir warteten auf eine Chance zum Angriff. Aber einer der Kolonisten war ein Cerberus-Spion, der für die Kollektoren arbeitete. Er verriet uns alle. Am Ende hatte ich keine Wahl. Der Spion hatte Daten über die Kollektoren, die wir brauchten. Also tötete ich ihn, nahm die Daten und zerstörte das Kollektoren-Schiff. Und damit auch die meisten Kolonisten. Und meine Männer. Bis auf einen. Trotzdem hast du das Richtige getan. Das war zum damaligen Zeitpunkt halt wirklich wichtiger. Sie tragen keine Schuld an der Ausgangslage. Und wenn Sie dafür befördert wurden, müssen Sie irgendwas richtig gemacht haben. Schon, aber... Hätten Sie alle gerettet, wäre dann alles besser geworden? Ich... Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Der richtige Entschluss ist selten der Leichte. Ja. Wussten Sie das schon, bevor Sie zu N7 gingen? Ja. Darum wurde ich gefragt. Und darum wurden Sie gefragt. Es gibt keinen einzigen N7, der nicht irgendwann entweder sich selbst oder seine Soldaten opfern muss. Sollte ich also annehmen? Ja. Wenn wir das hier überleben, ist die Sache klar. Sie sind ein verdammt guter Soldatweger. Verspielen Sie diese Chance nicht. Ich denke darüber nach. Wirklich. Und falls möglich, erzählen Sie bitte sonst niemandem davon. Natürlich nicht. Gracias. Dann gehe ich mal wieder zurück an den Hangar. Das ist mir hier alles zu weit. Das Bett ist viel härter, als es aussieht. Flirten Sie etwa mit mir, Lola? Nein. Ich gehe ja schon. Nochmals danke, Shepard. Jederzeit. Ich weiß, es dürfte kein Romanspartner sein, aber ich finde es immer lustig, mit dem so ein bisschen zu ärgern. So, haben wir alle E-Mails abgecheckt. Gut. Jetzt gehen wir dann aber hoch. Und wie gesagt, es ist doch mal. Da will mich irgendjemand sprechen. Danke. Ja. Amen.